Ich habe echt keinen Bock, hier wegzugehen, weil ich weiß, ich werde gekillt werden. Hundertprozentig. Ich hasse diese riesigen Gebäudehallen, wo man sich echt überhaupt nicht sicher sein kann, wo jetzt was kommt. Genau das meine ich. Halt die Fresse. Gib mir HP. So, wie komme ich jetzt durch die scheiß Kisten durch? Boah, echt, ey. Hier, da, HP. Ja, super, ich kann nicht an, es ist doch so behindert. Boah, ich weiß nicht mehr. Ganz toll. Langsam fängt die an zu nerven. So, wir müssen jetzt lang, hier. Boah, echt. Was für ne Scheiße. So. Wir können aber nicht mehr lange weiterspielen, weil meine Festplatte gleich voll ist. Also höchstens noch sieben Minuten, dann haben wir auch die fünf Parts ungefähr zusammen, die ich versprochen hätte. Obwohl, was heißt, ich versprochen hätte. Aber fünf Parts immer, das ist, das ist eine ganz gute Zahl, finde ich. Morgen gibt es dann den Rest des Spiels. Ja. Sieben Minuten noch, ja. Keine Waffen, gar nichts. Keine HP. Ja. Keine HP ist gut, kann ich wenigstens nicht sterben. Oh. Take her back to the wall. Jetzt habe ich den noch. Ja, das Kind war bestimmt nicht leicht. Meine auch nicht. Na, Spaß. Ja, hör, soll ich da durchkommen. So, hier. Jetzt ist es mal, was der Baum zu bedeuten hat. Tja. Tja. Sein ihren komischen Visionserinnerungen, aber besser aus. So ein bisschen freiziehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das war so ein bisschen zu krass animiert, finde ich. Das sieht aus wie flüssiges Metall. Ja, ja. Ja, deine Mutter ist auch ziemlich nah dran. Ja, jetzt kommt wieder Armer und Ratten und ja. Noch fünf Minuten. Zirka. Zirka. Da liegt ja auch noch. In der Nähe. Immer so geil. Oh, Musik aus 4-1. Wer kennt sie nicht. Ich... er liegt er auch nicht und zu jetzt mehr Prozent Prozent das ist so ein Jahr das ist ja soll ich dann wieder durchkämpfen aber werfen Oh mein Gott. Was ist das für eine Mucke hier? Komm wo. So, jetzt geht das Geruckel los. Kann nichts Gutes heißen. Und unsere Zeit ist um. Man muss gleich aufhören. Nicht wegrennen. Jawoll. Komm rein. Hä? Komm rein. Ja, doch. Gott, du bist eine Mucke. Du bist eine Mucke. Ich werde dir das. Okay. Das ist wie immer noch so. Das ist wie immer noch so. Das ist wie immer noch so. Richtig, wir sind hier. Ja, das ist doch. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So, tut mir leid. Ich muss jetzt abbrechen Leute. Meine Festplatte, die gibt gleich den Geist.